Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser Folge Minecraft Wild Heart, heute zusammen mit Red, wie eigentlich immer. Ja, stimmt, hallo. Und zwar, ich hab erstmal kurz direkt am Anfang ein paar Infos, und zwar, in der letzten Folge hab ich mir noch einen Emerald Sword gemacht, und dieses ist sehr stark, wie wir festgestellt haben. Ich hab jetzt mal nachgeguckt, währenddessen mein King kurz AFK war, was noch zu tun hatte. Ähm, Drachengüstung. Eine Chestplate zum Beispiel macht am Körper zwei Rüstungshärte, plus zwei Rüstungshärte und plus neun Rüstung. Eine Emerald Chestplate im Gegensatz dazu macht plus vier Rüstungshärte und plus sechzehn Rüstung. Emerald Rüstung ist zwölfmal so stark, also ein Emerald Helm ist stärker als eine Dragon Chestplate. Crazy, Alter. Das ist die Sache. Und ich hab mal festgestellt, es gibt noch eine andere Art von Drachenschwert. Wenn du nämlich mal nach Schwert, mein King, bei dir nach Schwert, Alter, Schwert, oh ne, war gar nicht Schwert, sondern Sword, ne, klapp mal. Wie hieß das? Dragon. Such einfach nach Dragon. Ja, welches Drachenschwert hier? Such einfach mal nach Dragon. Okay. Dann hast du jetzt die ganze Drachensachen. Und du siehst, unter den Herzen siehst du noch mal so andere Drachensachen. Da macht das Schwert auch 25 Jahren groß Schaden. Aber da weiß ich nicht, wie man an diese Steel Ingots kommt. Okay, warum wir... Ja. Das ist jetzt die Frage. Ah, ich weiß nicht, wer da rankommt. Eisenbarren plus ein Fire Dragon Blood. Wow, aber das wird ja übel teuer. Da macht das Emerald-Ding viel mehr Sinn. Yep. Emerald Sword. Da brauchen wir nur ne Emerald-Platte. Lass uns kurz hinlegen. Warte, Manu kannst... Ja, Manu ist offline, ne? Achso. Du bist überhaupt nicht dabei, Alter. Ja, Digga, ich war die ganze Zeit in diesem Ding und hab gelesen, Alter. Achso. Aber warte mal, ich muss kurz noch was machen. Ich das vergesse. Warte. Ähm, ich bin kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Mach das. Okay, Leute. Dann übernehme ich und bauche hier mal kurz... Ich dachte mir nämlich, ich könnte... Beziehungsweise, ich weiß, 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 ob das okay ist, aber... Äh, Manu, Alter, jetzt wäre natürlich red. Aber ich glaube, wir bauen hier unten mal so ne kleine Schmiede, wo wir den Schmiedtisch hinbauen können. Plus das, ähm, plus den Amboss. Dann haben wir das so ein bisschen geregelt. Finde ich ne gute Sache. Bebaulich. Und deswegen baue ich das jetzt. Ich würde jetzt kein Meisterwerk, so, aber... Ja, guck mal, das ist, äh, passt so, genau. In kein Deutsch. Bäume, scheiße, wir müssen ein paar Bäume pflanzen. Ich weiß auch gar nicht, was der gerade macht, Alter. Er rennt einfach weg, mitten in der Aufnahme. Die hab's zumindest nicht. Oh, okay, ich hab nix gesagt. Ich bin noch am Pit, ich würde dich auch die ganze Zeit, aber... Oh, okay, ja, dann, ich taug einfach mal so ein bisschen. Ja, Leute, hattet ihr ne gute Woche irgendwie? Ist bei euch auch, ich... Ich bei euch auch Ferien. Ich weiß gar nicht. Digga, was ist das erste Mal? Was? Das Torquen? Ja, irgendwie ist komisch halt alleine so, aber... Ja, ähm... Cooles Spiel. Ja... Sag mal was, Alter. Wir bauen jetzt hier einfach mal den Minitiff hin, Alter. Warte, wir könnten das so mit Lava machen, so das ist cool, ne? Rausgeflogen, kurz. Warte. Alles klar. Ja, ja. Ah, okay. Hö. So, bin wieder da. So, jetzt kannst du losgehen. Ich hab mir währenddessen kurz Eisenstiefel gemacht, mit Eisenbrust... äh, und Eisenhelm. Und mach mir jetzt noch ein paar Eisenspitzhacken und geh jetzt gleich unter die Erde meinen. Ich brauch einmal Wölz. Beziehungsweise eigentlich müssen wir nach dem Dorf suchen, ne? Eigentlich macht das wirklich am meisten Sinn, so ein Dorf. Lass uns nach dem Dorf suchen und lass einfach ein bisschen Zeug mitnehmen. Ich nehm jetzt einfach Kohle mit, weil manche handeln Kohle. Ich nehm jetzt aber dieses ganze Kohlezeug mit. Was zu essen brauch ich noch? Ähm... Was gibt's noch, was wäre wichtig? Vielleicht ein paar Blöcke. So. Bro, so. Oh... Okay, such mir mal nach nem, nach nem, äh... Oder soll ich auch mitkommen? Naja, du, ich würd's zusammen, wenn drin. Okay. Zusammen uns wieder verlaufen. Warte, ich such grad noch was essen. Naja, wir werden uns eh verlieren, aber... Aber egal. So, finden wir schneller vielleicht was. Aber wir müssen jetzt diesmal in eine andere Richtung gehen, vielleicht. Ich hab echt übel wenig Essen. Muss doch irgendwas geben, was wir haben. Stimmt, ich hab auch nur zwei Lacks. Hast du mal kurz, hast du mal eine Hake? Im Inventar? Ein was? Eine Hake. Eine Hake? Nee. Hast du Holz? Holz hab ich... Keins mehr, nee. Doch, ich hab noch ein bisschen Birkenholz. Okay, drop mir da bitte. Okay. Weih. Reicht schon. Ich hab noch sechs Brote hier. Die kann ich mitnehmen. Und ich hab noch Strohballen. Ich mach dir mal kurz das auch zu Brot. Machen wir kurz einmal eine Goldhake. Naja, wie macht man Brot? Wie macht man Brot, Alter? Drei Weizen nebeneinander legen. Ja, nee, das geht nicht. Alter, guck mal, die Goldhake sieht aber aus wie eine Sense. Man muss jetzt einen Teig machen. Für das braucht man Pulver und Milch. What the fuck? Ultimate Crusher braucht man dafür. Digga, was? Jetzt weißt du, warum die das anderen haben, warum die anderen passen. Oh mein Gott, das ist ja übel aufwendig, so ein scheiß Brot zu machen. Okay, lass uns das erst mal lassen. Guck mal, hier. Ja? Meine Sense. Hier. Wo ist denn Sense? Also, lol. Was ist, also, ist das einfach ne Waffe? Das ist ne Hake, ne Hake einfach. Okay. Ich will einfach nur hier anbauen. Nice. Brot ist eigentlich übel wertvoll, so. So gesehen. Okay, komm, verpissen wir uns direkt, dann haben wir. Ich hab kurz Kartoffeln und Getreide angebaut. Oh ja, stimmt. Könnt ihr eigentlich auch noch machen. Und ich muss nur noch kurz ne... Ja, wir sollten uns sowieso dann auf Brote einigen, weil Brote sind eigentlich sehr gut. Ich muss ja auch noch ein Bett machen, kurz. Okay, mach das. Wieder mal. Ich mach rough fucken, also, ja. Aber ich frag nicht. Achso, ja gut, unser Spawnpoint resettet sich ja immer, wenn wir unterwegs sind. Ja, ist so. Ich mach das jetzt nochmal. Genau, jetzt hier das same. So, Crusher. Jetzt muss ich da einfach das... Weizen... Oh, mein Nass juckt. Ich warte kurz noch, bis meine Kartoffeln gebraten sind. Mhm. Wenn die Wasser essen haben. Das hier so rein. Genau, das gibt Pulver. Oh mein Gott, gibt das viel... Mehl, meine ich, nicht Pulver. Mehl, okay. Meistens Pulver, okay. Okay, jetzt brauchen wir Milch. Wir brauchen unbedingt Tür. In Zukunft. Ja. Damit wir überhaupt einen Teig machen können. Okay, wisst ihr was? Oh, jetzt hab ich alles Weizen bekommen. Oh mein Gott, ich bin doch alles im Ofen gewesen von dir. Ein Steck Gold. Ja, alles gleich. Oh, geil. Ach, das ist stupid. Dass ich das jetzt alles... Kannst du hier mal kurz ein bisschen Weizen anpflanzen? Hast du überhaupt Seeds? Nö. Ja, aber kannst du hier zumindest noch ein paar Felder machen? Vielleicht hab ich noch was. Ich hab die Haken gerade in meine Kiste geschnitten. Ja, toll. Jetzt sicher. Ich hab auch keinen Weizen Seeds. Kann ja nicht wahr sein. So, hier ist genügend zum Anbau. Ja, ja, ich guck... Ich such hier noch kurz, äh... Wir Weizen Seeds. Ich komm, Blaubeeren aber nicht. Nicht Weizen... Doch, hier Weizenkörner. Weizenkörner. Perfekt. Immerhin zwei. Dann pflanze ich die mal ganz kurz. Oh, ich hab jetzt noch irgendwas bekommen. Ich hab auch Insel Weizenkörner bekommen. Nice. Hobby Gärtner. Perfekt. So. Okay, lass uns lossehen. Ja. Ja, auch so. Warte mal, in welche Richtung sind wir letztes Mal gegangen? Wir sind letztes Mal in die Richtung dort gegangen, oder? Dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung hier rüber. Dann lass uns gleich nach links gehen. Erstmal fett Schaden kassiert. Naja. So, Leute, ich würd sagen, wir sehen uns, wenn wir das erste Dorf gefunden haben. Ja, würd ich auch sagen. Können wir das einfach rausschneiden. So. Schauen wir das oder wir machen ein kleines Zeitrafferein. Oh, hier ist Kratz. Alter. Oh mein Gott. Leute, greifen wir den an, dann hast du auch noch drauf. Leute, wir sind gerade zwei Meter gegangen. Ich lass den Cut einfach raus. Ich bleib. Ja, ja. Lassen wir den einfach drin. Ja, hier kann man wieder nicht essen wegen dem Drachen. Ah, doch jetzt. Warte, ich, wir platzieren hier unsere Betten. Wir platzieren hier unsere Betten. Ja, wir sind zwar eigentlich zwei Meter nur von der Basis. Alter, du hast den Cut nicht reingelaziert. Jetzt haben wir ihn hochgebacken. Ja, so. Wieder ein Sprungsgeküter. Okay. Du gehst jetzt wieder hin. Du gehst jetzt wieder hin. Und dann. Ne, warte, du hast das Emerald Shred. Ja. Ja, dann geh ich hin, lenke ihn ab, weil ich habe mehr Rüstungswaffen als du. Na, wissen wir, was das für ein Drache ist? Dann würde ich vielleicht wegen der Rüstung ein bisschen aufpassen, ja. Ja, das ist ein Feuer Drache, oder? Ich weiß es nicht. Ja, hier sind Bäume abgebrannt. Okay, dann war es ein Feuer Drache. Ja, und dann gehe ich jetzt einfach hier mal rein. Mach kurz noch eine Kiste, ja, warte. Ne, der ist nicht hier. Wo ist der denn schon wieder? Ich habe ihn gerade schreien hören. Er ist gerade weggerannt. Jetzt steht hier wieder im Wasser. Das wäre perfekt für uns. Ne, das ist da hinten. Das ist ein grüner Drache. Das könnte einfach trotzdem ein Feuer Drache sein. Ja, aber die sind doch nicht grün. Doch. Die können grün sein. Ach komm, ich riskiere es, aber ich lasse meine Rüstung an. Let's go. Ach komm schon. Oh mein Gott, er ist hier. Oh mein Gott. Alter. Wow. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Der hat mich so weggeschleudert. Wir müssen jetzt Wasser locken. Oh mein Gott. Lass das Wasser. Lass dich in der Fresse. Ja, ich merke es. Aua, aua. Lass ihn nicht hinten. Er rennt mit dir weg. Aua. Es ist Feuer Drache. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ich bin jetzt sowas getötet. Halbherz. Ich bin tot. Oh mein Gott. Du hast mich alles in die Kiste vorher getackt, wie ich das gesagt habe. Ich dachte, du wachst hier gar nicht. Scheiße. Das Emerald Shred hat eine ganz langsame Attackangriffszeit. Also man kann damit erst übel langsam wieder schlagen. Aber dafür macht es halt übel viel Damage. Ich sammle hier kurz meine Items, dann save ich mal meinen ganzen Shit, Alter. Ich habe hier einen Spot, wo er mich nicht hitten kann. Er ist tot. Ist er tot? Ja. Ich habe ihn mit Reißen gekillt. Lol. Ich habe ihm auch extrem viel gehitten, muss man sagen. Während ich in der Fresse war. Ich bin nicht mal gestorben. Ja, ja. Ich kann kein Brot. Ich kann nicht mehr essen. Lol, das ging ja voll schnell. Das ist die Hitbox, die ist im Drachen. Ja, er hat gedroppt. Man muss rechts gehen. Rechts gehen. Dann droppt er irgendwie viel. Okay, jetzt habe ich wieder Dragonscales, aber diesmal grüne. Ja, die hast du diesmal alle bekommen. Ich habe schon vorher alle bekommen. Ne, da schwimmen noch. Da schwimmen noch. Und über dir. Über die schwimmen noch. Dragonscales. Jetzt hast du die, oder? Ich habe welche gesehen, aber... Ja, du hast doch jetzt. Guck mal kurz in deinem Etat. Ja, vom Stamm. Ja, eben. Emerald Dragonscales. Emerald Scales. Ja, das sind die, die ich vorhin gesehen habe. Bro. Jetzt haben wir ihn gar nicht rechts klickt, ne? Mit der Flasche. Oh ja. Ich hätte eh keine dabei gehabt, von daher. Natürlich. Ich auch nicht, aber... Warte mal, ich gucke jetzt ganz kurz. Was ist denn das? Emerald, Emerald Drachenrüstung. Ja, okay, die gibt auch plus 9. Ist genauso gut. Ja, ja. Okay. Was könnte man denn damit machen? Warte, ich gucke mal kurz nach. Ja, du kannst dir eine Rüstung machen. Ich habe ja full Drachenrüstung. Ja, aber ich will gucken, was man da noch draus machen kann. Emerald Air Tank? Okay, man kann einfach nur... Das gleiche machen, wie sonst. Ne, da raus geht nur Rüstung. Ja, okay. Okay, lass uns nochmal kurz zu unserem... Zurück. Lass nochmal kurz hier... Nö, nö. Nicht zurück, sondern einfach nur... Ich craft mir jetzt daraus Rüstung. Also, ich weiß ja nicht, wie viel hast du? Ich bin full mit meiner Rüstung. Achso, also Scales. Ich habe 9, ich habe 9. Du hast Scales bekommen. Naja, das heißt, ich kann die ja alle kriegen, ne? Ja. Und dann habe ich einfach... Nee, das ist meine. Also, sehe ich nicht ein. Jo, warum... Ich habe mein Schwert verloren. Ah, ne, hier. Boah, ich dachte schon, Alter. Aber ich habe mein Essen verloren. Ich habe... Meine Brot... Ah, da habe ich die alle gegessen. Das Essen habe ich alles. Achso, okay. Ne. Sonst habe ich, glaube ich, eigentlich noch alles, ne? Ja, schön, Rüstung. Ja, sonst sollte ich noch alles haben, circa. Oh, das wird schon wieder Nacht. Ja, dann können wir kurz schlafen. Oh, nein, weil wie easy war das denn jetzt gerade? Ja, ja, wirklich. Hat nur ein bisschen kurz gedauert, bis ich verstanden habe, wie mein Schwert funktioniert. Yo, der hat übel viele Level gegeben. Ich habe gar keine Level. Ja, du bist gestorben. Ich bin Level 6 dort reingegangen und bin jetzt mit Level 18 wieder rausgegangen. Wir müssen die Betten aber stehen lassen. Wobei, eigentlich müssen wir das nicht. Nee, eigentlich können wir... Gibt mir einfach konstante Scales. Ach, die liegen alle hier drin. Ja, ja. Merkbank. Ich habe deine... Wie sagt der? Ich nehme die Betten wieder mit. Hast du mir noch etwas Essen, irgendwas? So ein bisschen. Die wird hier immer in den Schuhe. Ja, Schuhe. Jetzt haben wir noch fünf Stück übrig, sogar. Preserve. Warte. Meine Hose. Jetzt bin ich grün. Ein bisschen. Aber egal. Wieder besseres noch. Cool. So, ich werde das hier einfach mit rein tun. Ja, wir können das hier aber zurückgehen damit nehmen. Boah, fast gekocht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier wieder... Oh, hier sind Brote. Ich nehme... Ich habe alles erst mal da wieder reingehotkeyt. Ich nehme wieder mein ganzes Essen mit. Also, hast du die Kartoffen offen? Äh, Kartoffen? Ja, ja. Ja, habe ich. Okay, warte hier. Ich habe halt jetzt wieder eine Hotpiste. Also, ich nehme noch das mit, das mit. Und das wird auch schon reichen. Ja, genau. Wenn wir in ein Dorf hin, haben wir dann eh Essen. Okay. Leute? Junge, wir haben die ganze Zeit quasi neben einem Drachen gewohnt. Das ist wirklich krass. Das war auch der, den wir gehört haben. Das war auch der, den wir gehört haben. Ja, ja. Okay, Leute. Wir suchen jetzt weiter ein Dorf. Von daher hier Cut für euch. Asche? Was kann man denn mit Asche machen eigentlich? Leute, das fällt runter. Wir machen jetzt wieder einen Cut. Goal, hier. Guck mal, wie gold es hier ist. Ja, ignoriere das Gold, Alter. Das ist neben unserer Basis. Lassen Sie es einfach. Ja, stimmt. Wir können das auch nachher noch rum. Okay, Leute. Wir gehen jetzt weiter. Wenn wir ein Dorf finden, dann geben wir auch Bescheid. Das ist aber doch ein Drache. Nach 2, 3 Meter. Ja. Aber ich habe gerade wieder einen Drachen gehört, Alter. Egal, Leute, Cut, Cut, Cut. Leute, ich habe einen Drachen gefunden. Ne, Angestritte gehört, das ist einfach wie bei jedem Schwert. Ne, warte mal. Ich tue jetzt einfach mal, wenn ich, naja, das lädt sich aber ewig auf. Mache ich einen Bär-One-Hit ohne Crit? Alles klar, der ist weg. Brauchen wir einen Bogen dazu? Schank ich nicht, oder? Ne, eigentlich nicht, aber ich will gerne wissen, wo du bist. Ne, im Grunde, warte mal kurz. Ich schlage und dann sage ich, wie lange das braucht, bis der Balken unter dem Schwert dann wieder voll ist. Ah, ich sehe auch ein Dorf. Okay, warte. Zack. Voll. Ne, moin. Hier stimmt übel viel Fisch. Ey, wir brauchen Fäden, dann gibt uns der eine das Maragd. Der andere, was ist der? Ein Nichtsnutz. Achso, der... Ey, was ist das? Das ist auch ein Nichtsnutz. Ein Nichtsnutz, Alter. Also, Mann. Ist ein Dorf? Ja, ja. Ich habe einen Gila. Ich höre ganz komische Geräusche. Ach, nicht schon wieder. Nö, ich auch. Da ist ein Drachen. Das kann ja nicht wahr sein. Ich höre ein Drachen. Ich höre literally einen Drachen. Ich habe dieses... Hast du dieses... Okay, jetzt höre ich ein Drachen. Ja, da ist ein Drachen. Ein Weißer. Oh Gott. Wo? Bei mir. Der im Dorf, weiter oben. Oh Gott, der ist hinter mir. Oh mein Gott, der greift mich an. Ich schlafe hier kurz. Oder mache hier kurz den Respawn-Point. Hä? Er macht mir aber keinen Schaden. Er hat mich im Maul. Aber er macht mir keinen Schaden. Jetzt rum. Fast gut. Oh mein Gott, der fliegt weg. Ja, er hat mich gerade... Ich habe mich... Alter, ich habe so einen Jumpscare bekommen. Jumpscare. Was ist das denn? Ja, Junge. Was ist das denn? Leute, der schießt Blöcke. Oh mein Gott. Ist das ein Feuerdrache? Dann würde er Feuer speien. Ich kann wieder nicht essen. Ich habe zwei Herzen. Was ist das? Oh Gott, der ist übel schnell. Ja, der verfolgt mich auch. Oh, wie schnell das der ist. Alter, der rast komplett aus. Guck dir den mal an. Was ist das für ein Drache? Oh, hier brennt es doch. Das ist ein Feuerdrache. Das ist ein Feuerdrache. Oh mein Gott. Kriegt er gerade Schaden wegen dir? Ja, ja, ich mache Hitting gerade. Und Bär ist auch irgendwie hier drin, Alter. Nicht Spam, nicht Spam. Ich habe ihn, oder? Habe ich ihn nicht? Nee, du hast einen Bär. Er hat mich, glaube ich, im Maul. Er hat mich im Maul oder so. Nee. Oh mein Gott, ich brenne. Nein, er verbrennt mich. Wasser einmal. Ich kriege keinen Feuerschaden. Ich auch nicht, hä? Ach so, nee, weil es leckt. Oh mein Gott, ich muss mich verstecken. Ich habe noch zwei Herzen. Ich bin hier gespawnt. Ich bin hier gespawnt. Oh mein Gott, ich kriege Glück. Ich habe meinen Spawn-Pod-Tons auch gesetzt in dem Bett. In dem ein Haus, aber ich weiß nicht, wo ich hingerannt bin. Nein, ich brenne wieder. Ich muss weg. Ich bin im Block. Ich bin stuck irgendwo in einem Block. Das gibt es doch nicht. Nein, meine Items. Ich verbrenne. Oh mein Gott, das lag zu hart. Nein, meine Items. Er ist halt One-Hit. Warte, ich hirte ihn einfach. Ja, mach das bitte mal ganz kurz. Nein, mein Schwert ist, glaube ich, weg. Der kreist sich hier am Kreisen. Jetzt liegt er weg. Jetzt ist er da oben in der Luft wieder. Hast du deine Items wieder? Ja, aber das Schwert nicht. Alter, ist das dein einziges, das fehlt. Ich habe dich. Was? One-Hit? Oh mein Gott. Du hast kein Zeug an. Du hast keine Rüstung. Ach so, ja gut, ja. Scheiße, Mann. Wo ist mein Stuff? Digga, es leckt so hart bei mir. Oh mein Gott. Ich pack mich auch zurück mal, aber... Ey, kannst du den bitte mal töten? Dann leckt das nicht mehr so. Ja, er fliegt gerade in der Luft. Ach so. Ja, jetzt ist er hinter mir. Ab ihn. Okay, danke. Danke. Warte noch kurz. Wir müssen kurz nach vielen Fläschchen schauen. Dann können wir uns zumindest... Ach so. Ach so. Ich hitt ihn gerade schon. Aber wir können eh keine Fläschchen nehmen. Warte mal. Doch, doch. Ja, okay. Vielleicht liegt es noch irgendwo rum. Nein, ich habe meinen Drachenhelm verbrannt. Ja, und? Ich habe doch... Wir hatten doch noch Scales. Ach so, stimmt. Das sollte auch reichen. Also ich habe schon wieder neun von dem grauen Drachen jetzt. Ich habe ihn schon ein bisschen gehetet gehabt. Hast du gesehen? Mir fehlen auch meine Schuhe, meine roten. Scheiße, man. Digga, die hat hier alles zerstört. Oh mein Gott. Ja, die Villager wahrscheinlich auch. Ja. Okay, wir bekommen hier alles, ne? Ich bin noch ein Stück... Ach so, du hast ihn jetzt weiter gehetetet. Ja, ja. Ich habe neun bekommen. Wie viel hast du? Neun. Ja, mir fehlen meine Schuhe. Aber ich habe auch neun. Ja, chillig. Ja, dann kann ich mir nicht wieder einen Helm machen. Ja. Ja, das einzige, worum es schade rum ist, ist jetzt mein Schwert. Das war jetzt natürlich eine kurze Freude. Okay, ich habe auch nur noch meine Axt. Also mein Dings ist auch verbrannt. Meine ganze Werkzeuge. Ja, ich glaube, wir hätten uns schlimmer treffen können. So, auf jeden Fall. Schlimmer geht's immer. Ist hier noch ein Villager vielleicht? Ja, da ist noch einer. Ach, das ist Nix-Nutz. Och Mann. Ja, den können wir vielleicht aber einen Job geben, wenn wir irgendwie was nach dem platzieren. Da unten ist auch noch einer. Die Villager waren alle hier unten. Hier sind noch mehrere Nix-Nutzer. Oh, da ist auch ein Fischer. Der will Kohle. Der eine will Fäden. Der will Kohle. Ich habe die Kohle mitgenommen doch. Oh mein Gott. Der andere will Papier für Dings. Das können wir nicht auch machen. Ich habe sechs Emeralds von ihm gekommen. Ich brauche hier kurz irgendwo ein Crafting Table. Jo, ich habe zwölf Emeralds schon. Ich habe jetzt 15 Emeralds. Alter, echt? Ja, aber ich habe keine Rüstung machen. Da können wir uns beide auf jeden Fall ein bisschen Rüstung upgraden, ja. Und auf jeden Fall auch ein Schwert. Das wäre auch wichtig. Du musst dir auf jeden Fall ein Schwert machen. Das ist erst mal das Wichtigste. Da ist ein Eisengrohlem auch noch. Den ignorieren wir einfach mal. Eisengrohle, okay. Ich mache mir jetzt erst mal wieder ein Drachen. Ohne finden wir jetzt halt hier nicht. Aber vielleicht gibt es noch andere Villager, die noch was anderes hatten. Bauer. Kartoffeln. Gibt es hier irgendwo Felder? Die haben es ein Feld, ja. Bei mir. Bei mir hat es ein Feld. Plünder das einfach mal. Ja, aber die sind noch nicht gewachsen. Ja, und? Achso, soll ich da noch mitten hier? Ich habe nur Drachenkocher und die will ich dafür nicht benutzen. Dass dein Schwert nicht aufgeladen ist, mach jeden Schwein. Ich habe vier Kartoffeln. Aber das Schwert kannst du aufladen? Na, das lädt halt so auf. Ja, naja, macht sonst nicht vollen Damage. Oh mein Gott, der will sechszeitig Kartoffeln, Alter. Scheiße, Mann. Hast du irgendwie, hast du vielleicht ein bisschen Bone-Meal oder so? Ich habe Drachenknochen, aber aus dem kann man kein Bone-Meal machen. Hast du nur Drachenknochen? Ja. Ich habe jetzt insgesamt sechs Kartoffeln. Kannst du mir mal zwei Emeralds geben, dann kann ich mir einfach größten Schwert machen. Warte, hier. Ich mache mir, glaube ich, eine Chestplate daraus. Und ich würde sagen, wir machen uns nur eine Emerald Chestplate erstmal, weil ich würde mir ja noch gerne Emerald Piggy machen. Die macht auch so viel Damage wie ein Emerald Schwert. Was? Und, aber damit kann man halt noch gut abbauen. Die Sache ist halt, ich würde dir meine rote Drachenchestplate geben, weil die hat ja trotzdem Schutz 2 plus, äh, noch drauf. Schutz 2 plus 9, äh, so, und ja. Hier, der handelt Weizen. Weizen habe ich. Haben wir Heu bei allen? Ja, aber, ne, die haben wir alle zu Mehl verarbeitet. Also ich. Oh Mann, Alter. Du hast alles zu Mehl verarbeitet. Ja, ich dachte Brote halt. Wir können uns so viele Brote machen, Alter. Wir können uns aber die Location von dem Dorf merken, dass wir uns hier, weil das war ja nicht weit weg. Ja, ist so. Wir haben eigentlich übel Glück mit unserem Spawnpoint. Vielleicht haben wir Glück und einer handelt Kürbisse, also wir will Kürbisse haben, weil hier sind ja übel viele Kürbisse in dem Dorf. Ja. Macht das ein Villager? Handelt ein Villager mit Kürbissen? Ja, such mal irgendwie, wahrscheinlich einen Bauer oder so. Ja, erstmal so wie noch kurz ein Crafting Table. Digga, hier oben, das Dorf hier oben ist einfach alles komplett zerstört. Wir müssen auch erstmal schlafen dann. Fuck, ich muss ja, ich brauche einen Hammer. Ich mache das ja jetzt zu Hause, natürlich. Ich bin auch wieder Level 19. Achso, stimmt, du brauchst einen Hammer, aber der kann nicht einen craften. Dann weiß ich, wie es geht. Ja, ich auch, aber. Schlaf gerade. Ja, ich auch, ich schlafe auch. Okay. Sollte eigentlich. Ähm, okay, das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich würde sagen, aber wir gehen dann bald wieder zurück, oder? Jaja, klar. Ich würde noch versuchen, ob wir hier irgendeinen finden. Hier ist ein Bauer, ne? Bauer. Der handelt zum Beispiel keine Kürbisse gerade. Brauchen doch nur irgendwas. Es gibt doch verschiedene Händler. Bauer, noch ein anderer Bauer. Der handelt auch das. Hier ist noch ein zweites Feld. Kürbissamen. Hier ist noch ein Händler. Also Villager. Das ist ein Nichtsnutz. Warum bist du, Alter, mit diesem Trachnerhelm? Alter, was ist da? Nichtsnutz. Hier sind einer, der Fäden haben will. Einer, der Bücher, äh, Papier haben will. Hier, 10 Kohle für einen. War gerade 10 Kohle. 19 Kohle. Der andere, was will der noch? Der will noch, ähm, Fische haben. Boah, will hier 20. Ja, war das, äh. Bist du, steht denn der Fischerhütte alles unter Wasser? Ja, ich weiß, das frage ich mir auch. Hab ich schon auch gesehen. Da hinten ist nochmal ein Drachen. Oder ein Nest zumindest. Ja, er greift mich an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da hinten. Er zieht neben dran eigentlich. Er verfolgt mich, ein Schwarzer. Ich sehe weder einen Drachen, noch sehe ich dich. Doch. Hier, unten. Am Ende vom Dorf. Ja, Alter. Ja, er kommt mir hin. Warum hast du dir keins gemacht? Oh mein Gott. Mach dir doch einen Hammer. Ja, ich habe kein Eisen. Ach, dafür braucht man Eisen? Ja. Ich hau kurz den Eisengolem. Oh mein Gott. Er, er verfolgt mich. Ich grabe mich jetzt einfach rein, Digga. Kein Bock auf den, ey. Ich gehe gerade zu dem Eisengolem. Und hau den vielleicht kurz weg. Bro, der darf nicht direkt über mir, ne? Ich grabe mich jetzt hier einfach weg. Mach den Eisengolem. Mach den Eisengolem, Alter. Ich bin fast tot. Scheiße, ich habe keinen Spitz. Achso, ich habe keine Schuhe mehr. Deswegen macht er mich so, macht er mich so Hard Damage, Alter. Gehst du den Drachen gerade ein? Ne, den Eisengolem. Oh, so. Der Eisengolem ist tot und der hat drei Eisen geworben. Kannst du mal bitte den Drachen töten, Alter? Ich gebe dir jetzt gleich Eisen für ein Ding jetzt, ne? Okay, ich brauche einen Eisen. Komm zu mir. Digga, er chillt direkt über mir, der Drache. Wenn ich da rausgehe, er packt mich und töte mich. Kannst du... Warte, ich renne da mal kurz durch. Ich renne durch. Nein, renne nicht durch. Dann lockst du ihn ja zu mir. Ich habe ja auch alles im Momentar. Ich habe mir jetzt ein Haus hier genommen. Da ist ein Bett drin. Da habe ich einen Spawnpoint jetzt reingesetzt. Jetzt mache ich mir kurz noch eine Werkbank. Ich renne, er folge mir glaube ich nicht mehr. Ah, du bist hier? Oh. Ja, ach nee. Komm hier oben in das Haus rein. Okay. Wo ist der Eingang? Achso, verabschieden. Oh Gott. Okay, der Drache ist aber nicht gefolgt. So, jetzt kommt der Ausguss. So. Ich gebe dir erstmal kurz das Eisen. Ich brauche doch zu dem Zweier Eisen. Achso, hast du uns gemacht. Ich mache kurz eine Kiste, dass wir hier drin alles saven können. Ich mache aber die Kiste würde ich unterirdisch irgendwo platzieren. Für ein Schwert brauche ich nur das normale Emerald, oder? Nein, brauchst du auch. Brauche ich auch platzieren? Ja, ich habe ja von uns auch. Ich tue hier unten ins Wasser eine Chess platzieren. Äh, ja. Ich gucke ein Stück auch aus dem Wasser raus. Da können wir halt alles erstmal saven drin. Weil wenn wir jetzt kämpfen, da ist es halt ungünstig. Emeralds. So, ich habe jetzt nur noch mein Schwert und meine Rüstung. Da habe ich mal noch ein bisschen was zu essen. Hier, Karotten. So, was könnten wir denn, was könnte ich noch machen? Ich mache mir glaube ich erstmal eine Emerald Chestblade jetzt für den Kampf auch. Ey, damit tankst du halt nicht viel. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist ein Hammer sogar drin. Ja, ja, den habe ich reingemommen. So, warte kurz, bevor wir den Drachen angreifen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, wir chillen noch dahinter. Oh, neun war zu viel, Alter. Ich bin dumm. Er kommt halt irgendwie nicht mehr richtig weg. Komm zu mir mal. Dann kannst du meine Drachen Chestblade haben. Die hat Schutz zwei. Achso, oh, nice. Ich habe jetzt eine Emerald Chestblade. Huch. Der Weir Reflex. Ich glaube deine unten in die Chest mit rein. Die ist gut als Backuprüstung. Ja, stimmt. Die können wir immer gebrauchen. Ich habe jetzt mal die ganzen Emeralds so ein Dingens gemacht. Zu diesen Platten halt. Ja, das passt. Was wollen wir normalen Emeralds benutzen? Ja, dann würde doch so schnell Downs sein. Ich mache mal diese Drachenschuhe von dem grauen Drachen noch. Ich habe keine Spur mehr. Ja, okay. Wir zwei können 50 Schaden machen. Das heißt, wir beide müssen irgendwie dreimal draufhauen. Dann ist er tot. Aber da darfst du nicht Spam. Ansonsten machst du den Emeralds wirklich gar nicht mehr. Aber trotzdem. Er wird doch so schnell Down sein. Ja, er ist da vorne im Dorf noch. Ja, ich renne gerade hin. Okay, ich auch. Er ist da irgendwie stuck. Er kommt da irgendwie nicht mehr weg. Ich weiß nicht, ob er auf dich oder auf mich ist. Ja, aber wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich einfach schon fast tot. Leute, kriegt man entweder keinen Fallschaden. Ja, ich mache ihm so viele Schaden. Ja, der ist gleich tot. Oh mein Gott, ich habe auch. Ich habe einmal gekidzt damit. Ich habe ihn. Ich bin tot. Okay, aber egal. Chillig. Ich habe mich noch geholt. Scheiße, ich dachte nicht mehr. Okay, egal. Ich habe erst mal kurz deine ganze Rüstung ein. Dein Emerald-Shirt lebt noch. Ach gut, ey. Wart mal, jetzt können wir aber Flaschen machen. Hier ist Sand. Oh ja. Dann können wir von dem her. Wir brauchen ja Atem, ne? Ja, ja. Warte, ich glaube, der ist erst mal kurz. Ja, genau. Ja, genau. Okay, danke, danke, danke. Hast du noch Wasser einmal? Ja, oder irgendwie sowas. Oder ja, warte, ich lasse schon nach. Alles in die Chest. Okay, dann machen wir noch kurz einen Ofen. Oh, das ist stillig, Digga. Oh, aber diese Folge ist auch schon wieder übelstressig, Leute. Ja, also ich bin Level 24 mittlerweile auch. Ja, Digga. Ja, und der Bauer baut immer schön an nebenbei. Da kann ich immer schön klauen. Komm schon. Ihre. Er soll mal Kartoffeln anbauen, das Opfer, Alter. Ja. Ist so. Ich glaube, ich tu mir kurz ne Emerald-Spitze machen, oder? Komm, ja, komm. Wir gönnen heute mal. Kannst du mir noch kurz, also, die Items geben? Was? Meine Items. Oder liegen die noch drin? Ich bin keine Items mehr. Ist so. Also ich hab dir alles gegeben, was du... Es könnte auch sein, dass man brandt ist, weil... Jo, die Emerald-Spitze macht einfach auch 26 anglose Schaden. Er macht einfach mehr als ein scheiß Schwert. Ah, nee. Dachte schon. Man kann aber auch genauso langsam schlagen. Nur. Ich baue ja kurz. Ja, stelle vor wie. Jo, die fehlt auch doch relativ schnell ab. Guck mal. Ja, ich seh's da drin. Du weißt, ob alles andere verbrannt ist. Na, was war denn alles andere? Ja, gut, eigentlich nur... Eigentlich nur, äh, die vier Brote und ein Wasserhimmer. Brote kann ich, glaube ich, bekommen haben. Ja, der Wassereimer wäre halt ein bisschen schade. Naja. Junge, das ist ein Drei-Eisen- und ein Wasserblock. Mehr nicht. Ja, gut. Das stimmt. Das lief doch super eigentlich. Tja, was... Was ist das schon wieder für ein Sound? Hast du den ganzen Sand eingesammelt? Kann das sein? Nee, ich hab dir einfach einen Block noch angeschossen, weil du hattest den mir irgendwie gegeben. Ich hab irgendwie noch einen Sandblock momentan. Hä? Hab ich denn den Chess getan? Achso, ja, da sind elf Sand drin. Ah, okay. Warte, ich komm kurz zu dir mit hinterher. Achso, du bist jetzt hier mittlerweile. Hast du noch Eisen? Nee, also nur eins, glaube ich, noch in der Quizze. Ja, eins, okay. Ja, gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Ich geh jetzt mal direkt zu dem Drachenskelett. Lebt das? Also, ich hoffe, dass die spawnen nicht einfach mit der Zeit. Naja, also, ich weiß es nicht. Hast du jetzt Flaschen? Nee, noch nicht. Ich hab aber die Öfen und eine Werkbank momentan. Ja, okay, tschuldig. Ich will das halt hier machen, dass wir nicht so weit rennen müssen. Ja, hier hat's halt Kohle. Ja, hier vorne das Skelett liegt noch. Ja, ja, klar, ich war ja gerade dort. Warte ich doch gerade genau, weil wenn man nicht hinguckt genau, dann packt sich das immer so ein Stück weg. Aber wir haben keine Kohle. Doch, ich hab Kohle. Sieben. Aber halt sie. Nein. Die handeln wir gegen Emeralds. So willst du nicht? Für Glas? Ich baue kurz ein bisschen Holz ab. Achso, ja, stimmt. Genius. Okay. Ich brauche ja noch im Grunde nur noch ein Dreisteil. Wieso machen wir uns denn so ein Schwert? Das bringt uns hier gar nichts mehr. Jetzt brät alles. So, ich mache gleich Flaschen. Oh nein. Was ist? Also ich habe drei Flaschen jetzt voll. Und der droppt auch dasselbe wie der rote, also. Achso, das war ja auch ein Feuertracher. Achso, muss ich noch kommen? Ah, jetzt geht es nicht mehr, weil seine Rüstung gedroppt, sein Ding jetzt gedroppt ist, weil ich einmal zu viel drauf gemacht habe. Achso, wie viel hast du jetzt? Drei. Ja, das lache ich dir. Ja, was wollen wir denn damit? Keine Ahnung. Drei Schwerte machen? Was wollen wir mit diesen Schwertern? Die machen eh kein Damage. Ich weiß. Aber, Digga, don't hate me, boy. Einfach. Ich habe nochmal sechs von diesen Scales bekommen. Okay, ich baue jetzt die Dinge ab. Dann können wir zurück, oder? Und dann gehen wir zurück in die Basis, oder? Ja, was wollen wir hier noch? Fire Dragon Blood. Wir wissen ja jetzt, was wir sammeln müssen, um mit denen hier dann zu braiden, wenn wir zurückkommen. Ja. Natürlich, da können wir noch zurücklaufen. Warte, ich notiere mal kurz die Koordinaten. Oder kannst du das machen, kurz die Koordinaten notieren von hier? Ja, ich mache mal kurz den Screenshot. Achso. Ja, bei mir baggen die ja ein bisschen rum. Ja. Warte mal, kann man nicht im Spiel selbst ein... Oh, warte mal. Ja, F2, F2. F2. Ah ja, okay. Screenshot. Ich habe auch einen gemacht. Den Rest musst du mitnehmen. Den kriege ich nicht mehr rein ins Inventar. Okay, soll ich alles mitnehmen? Ja, klar. Okay. Ja. Okay,- Das ist Ever. So. Und jetzt kommt der Regime. Okay, bitte. ich habe noch ein dorf gefunden ich glaube wir haben doch kein lagerfeuer ja das ist direkt hier unten ist gar nicht so weit weg aber dann laufen wir irgendwie falsch ja ja ich gehe mal kurz runter und schau mal was die traden jetzt hätten wir so einmal im kreis gelaufen ja oh hier sind schleifsteine aber ich habe keine spitzer gescheiße doch hier sind spitzhacken drin lol ehre da ist einfach eine kiste mit spitzhacken rechnen wir noch die mit hier ist noch super viel cola die ich jetzt gerade abbaue ja bau doch mal kohle ab ich kann hier noch ein bisschen gucken was diese traden hier okay was haben wir hier noch wir haben hier nichts nutzt wir haben noch ein nichts nutzt perfekt wir haben ein nichts nutzt baby wieso liegt hier drachenknochen waffenschmied der will auch 15 kohle halt einfach wie ein also sogar billiger ist der andere du auch wieder nichts nutzt baby warte ich werde fast runtergefangen gerade ich glaube ich kriege keinen fallschaden mit der mal wieder nichts nutzt aber so gibt es hier so gut nichts nutze angeneist ich war so Also irgendwie da habe ich mir das gerade noch eingebunden oder das hat gepackt oder so, oder ich kriege keinen Fallschaden mehr mit den Schuhen. Das ist auch wieder ein Baby. LOL, ich habe hier in der Kiste einfach vieres Mal Hack gefunden. Oh, perfekt, Alter. LOL, oh mein Gott. Aua, aua, aua. Digga, diese Süßbären, Alter, die fangen mich ab. Das ist auch wieder ein Baby. Entweder gibt es hier einfach Babys oder Nichtsnutze. Ich bin hier auch immer noch an dem Berg neben dem Dorf und baue hier noch die ganze Kohle ab, ne? Ja, ich komme, glaube ich, gleich auch noch, weil irgendwie hier tradet nur eigentlich dieser Waffenschmied. Sonst gibt es hier einfach niemand, der traden kann. Aber das ist ja der, den wir brauchen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020